Was war das komischste Kompliment, was ihr je erhalten habt? Sie haben eine kräftige Zunge, da wird sich ihre Freundin freuen, sagte eine Zahnärztin zu mir. Eine Freundin hatte ich damals nicht. Herr... Sie sind ja gar nicht dumm. Als mein ehemaliger Französischlehrer mich nach einer Vertretungsstunde in Deutsch ansprach. Fenefe, siehst du echt gut aus. Du hast schöne Geheimratsecken. Ja moin. Du hast schöne Haare. Ich, ich habe eine Glatze. Sie haben eine sehr gebärfreudige Hüfte. Die Kinder werden bei ihnen nur so rausfallen.